Yo Leute, was geht ab? Ich bin Simon wieder auf meinem Kanal und Leute, heute machen wir auf jeden Fall einen Season-Auftrag, also von diesen hier, also Season-Aufträge, also das machen wir heute nicht, aber das ist wie gesagt der erste Auftrag. Ihr müsst einfach Fische angeln, irgendwelche, hier war ich bei diesen beiden Orten, aber heute machen wir auf jeden Fall diesen Auftrag hier, lege mit Spider-Man Netzschießer 50 Meter mit einem Schuss zurück, einmal 25.000 XP und ich zeige euch einen Ort, wo ihr Spider-Man Netzschießer kriegen könnt, auf der Karte ganz genau hier neben zu John ist es und ja, dann sehen wir uns gleich, wenn wir in einer Runde sind. Leute, nur mal ganz kurz, so sieht der Battle-Bus aus hier mit den Schneemann und so sieht es aus mit der OG-Musik und ja, dann sehen wir uns gleich wieder. Ja Leute, hier sind wir auf jeden Fall angekommen, es gibt wieder die vereisenden Granaten, also ihr wirft sie einmal, dann vereisen sie euch, dann rutscht ihr, also damit könnt ihr rutschen, das zeige ich euch am Ende des Videos. So, auf jeden Fall einmal öffnen, hier Spider-Man und da oben gibt es auf jeden Fall auch eins, wenn nicht Leute, dann gibt es hier am Baum noch eins, also wir brauchen etwas, was ganz hoch ist Leute, das hier ist gut. So, zack, ihr seht, wir haben es geschafft, auf jeden Fall benutzt diese Palme, diese Palme hier, also ich muss sie einmal markieren, so, wartet, also auf der Karte ganz genau hier ist dann eine Palme, benutzt sie einfach, also lasst einfach mit Spider-Man so, einmal so Leute, und dann einmal so, so zack, dann sind es auf jeden Fall 50 Meter. Und diese Granaten wollte ich am Ende des Videos mal zeigen, so, zack, jetzt habt ihr also Gefüße und damit könnt ihr schneller in der Zone, oder wenn ihr zum Beispiel bei Nuremberg, dann fährt ihr einfach so runter wieder. Das ist gut für Gegner, wenn die hochbauen, Leute, und ja, wir haben den Auftrag auf jeden Fall abgeschlossen und ich hoffe, dass es euch noch durchgehofft und gefallen, lasst gerne ein Like da, auf dem gerne meinen Kanal, lasst gerne die Scania, wie du es mal verpasst, und bis dann sage ich es euch dem Video und ciao, haut rein, Bis zum nächsten Mal, Leute, tschüss, tschüss.